Ja, hallo, das ist der Schorsch. Ja, Schorsch. Ich rufe jetzt an wegen der Karte. Ja, sowas. Willst du da etwa hin? Ja, da kann ich meine Frau hinfahren. Ah, nee, jetzt hör auf. Ach, nee. Komm. Schaut's gut aus. Schaut's gut aus. Du bist Anrufer Nummer 10. Okay, super. Du gehst zu Manfred Grants EarthBank, bitte eine Frau anzufangen. Wie schön, wart ihr schon mal zusammen? Ja. Sehr schön, und jetzt geht ihr zusammen zu Manfred Bans EarthBank. In Bad Reichenhallen. Und als Vorgeschmack, ja, hab ich jetzt schon mal was für dich. Die Band gibt es ja seit über 40 Jahren schon, gell? Viele denken, ja, Manfred Mann, hab ich auch immer gedacht, wäre der Sänger. Aber das ist gar nicht der Sänger, das ist die Keyboard. Und jetzt, zur Einstimm-Walks-Konzert. Manfred Bans EarthBank.